bleib doch mal stehen jetzt bist du dran dann müssen wir wieder runter es ist wahr es ist wirklich wirklich schwierig unter wasser glaube ich nette zu spielen das tut weh hast du ein werde ich hier geschlagen aua ich bin tot einige stellen des bodens sind in stabilen umbrechen wenn du sie berührst natürlich von einem treffen sobald haben wir es geschafft nein hoch und runter und hoch und da und blub übrigens die meisten mehr schwemme leben nicht gerne in einem ananas verrückt was immer kaputt ach so hätte das hätten anvisiert es macht hier kaputt geht doch so ist noch weiter auch in den kampf lasst mich in ruhe essen gott sei dank ein bisschen was zu essen so auch hier wieder kampf aua oh ich bin jetzt überpowered ja ich mach eigentlich alle alle geht back ba 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 ahhh machen sind alle hier böse und immer mich gut töten was mache ich nicht mal was schlimmes essen so und weiter teleportieren ja liebe quale und da hinten alles kaputt es soll weg jetzt der felsen ok der felsen wollte nicht sterben und essen so ist ein volles leben weil es kommt wieder kampf ihr blöden zügeleisen sorgt doch 1234 ja 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 es war nämlich alle oder was das bügeleisen des todes die kürme sind schon mal tot alles tot geht doch so wo sind wir jetzt du kannst jederzeit zu deinen freigestatteten apparaten wechseln auja korallenallee du 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 oh gott ich muss doch kosten habe denn die ist superkross wahl du die blöden schützt haben wir die gehen wir am meisten auf dem haus m4 so habe ich wieder ein leben dazu aber viele und hallo kaputt da geht doch darunter habe ich mich nicht ich will ja auch das leben holen so ist kaputt gehen hoffe ich ja nicht dass du explodiert wie viele kommen denn hier jetzt schon so hat sie geschützt haben so ist der nächste kampf geht mal weg hier alle hier oh gott so so der ist schon mal kaputt jetzt seid ihr dran ihr Blechbüchsen schrauben viereck super patrick plump plump war voll schwer so dann ist ein wirbel jetzt probiere der epische kam ha ausgedrückt es ist wahr es ist wirklich wirklich schwierig unter wasser klarinette zu spielen mittlerweile haben wir alle tipps durch geht ihr wohl mal weg so du musst auch kaputt bückel eisen des todes und du auch geschützt von des todes wir haben es geschafft volle volle so nein machen alles schießt auf mich von überall auch kaputt auch kaputt so aus der bahn braucht das essen ich musste alle besiegen ich bin tot ich bin tot geile kacke wenn du gerade keine gesundheit brauchst kannst du sie dir auch später holen aha so die ganzen blöden blechdosen jeder plankton und die zeit gefunden die alle zu bauen schützturm 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 da muss noch was da sind noch mehr kaputt wir können weiter jetzt wird es heftig hier diese bösen riesen qualien ich bin kämpfen sie gott so weg mit euch da ist einfach was verbrochen so die batterien sind tot tschüss ihr idioten und schon alles verbessern naja schade bis an die kiemen bewaffnet deine fortschritte werden am ende des levels gespeichert oh das wird doch mal schön schneckenstraße haut in die schneckenstraße sind hier schnecken oder was die platten gehen kaputt aus der bahn hier komme ich kann so nicht arbeiten so geht man alle weg hier ihr ganzes blechdosen und vor allem die bügeleisen sind toll ich darf mich kaputt machen das passt